Im Jahr 2004 habe ich mir zum ersten Mal im Internet ein Waggios-Steak bestellt. Ich habe das dann zusammen mit meiner Frau gegessen und das war für uns beide das mit Abstand beste Steak, was wir je gegessen haben. Als wir im Jahr 2004 anfingen, der Michael, Wolfgang und ich, hatten wir die Vision, richtig gutes Fleisch nach Deutschland zu bringen. Richtig guter Geschmack und das Ganze auch noch mit gutem Gewissen aus artgerechter Tierhaltung. Im Thema Fleischkompetenz und die Liebe zum Fleisch lassen sich von den Schulklassen über Hobbyköche bis hin zu den Profis alle bei uns im Fleischkompetenzzentrum begeistern. Abgesehen davon, dass wir in unseren Kursen ganz, ganz viel Spaß haben, vermitteln wir ganz, ganz viel Wissen. Zum Beispiel in unserer Perfect Meat Academy, wir schulen die Grillfans auf den Webergrills und zusätzlich laden wir Spitzenköche ein, sich von uns schulen zu lassen oder als Gastköche auch Kurse zu geben. Vier ursprüngliche Rassen und das fängt an mit dem altes Landesschwein, das hier gelebt hat. Ausgesuchte Züchter, die auf beste Fleischrassen setzen, natürliches Futter, das Wohlergehen der Tiere, die perfekte Reifung sowie die hundertprozentige Rückverfolgbarkeit der Fleischprodukte. All diese Kriterien stehen für unser gutes Fleisch. Otto Gourmet ermöglicht den Privatkunden in den Genuss hochwertiger Fleischprodukte zu kommen, die sonst nur der Sterne-Gastronomie zur Verfügung stehen. Mittlerweile stehen den Gourmet-Konsumenten über 600 verschiedene Schnitte zur Verfügung. Für jeden Kunden das persönlich passende Produkt, erstklassige Qualität und eine individuelle Kundenbetreuung. Schönen guten Tag Otto Gourmet, mein Name ist Bart. Die Motivation unserer Mitarbeiter ist die bedingungslose Leidenschaft zum Thema Fleisch. Das spüren Sie im ganzen Unternehmen, egal ob Sie mit der Buchhaltung, mit dem Marketing, im Einkauf, mit Verkauf, in der Kommissionierung oder selber vor Ort auch Veranstaltungen sind. Wir leben Fleisch. Bis zum nächsten Mal.